Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Ausgeschrieben sieht diese Formel so aus. Wir beweisen die Formel zuerst, wenn n gleich 1 ist. Wenn n 1 ist, dann geht das Summenindex j von 1 bis 1. Das heißt, dann reduziert sich diese Summe auf den ersten Term, also auf 1 geteilt durch 2 hoch 1. Und wenn n 1 ist, dann schreibt diese Differenz sich 2 minus 1 plus 2 geteilt durch 2 hoch 1. So, und diese Gleichheit ist richtig, dann und genau dann, wenn 1 halbes, 1 halbes, dasselbe ist wie 2 minus 3 halbe. Und 2 minus 3 halbe, das macht auch 1 halbes. Diese Gleichheit ist also richtig, dann und genau dann, wenn 1 halbes dasselbe ist wie 1 halbes. Und das ist natürlich okay. Jetzt nehmen wir an, dass diese Formel stimmt, wenn n gleich k ist. Und anhand dieser Induktionsannahme werden wir beweisen, dass die Formel auch gültig ist, wenn n gleich k plus 1 ist. Also, j geht hier von 1 bis k plus 1 und wir möchten beweisen, dass diese Summe gleich ist zu 2 minus k plus 1 plus 2 geteilt durch 2 hoch k plus 1. Und um das zu beweisen, zerlegen wir diese Summe wie folgt. Wir schreiben, das ist die Summe für j von 1 bis k und addieren hintendran den Term, wo j k plus 1 ist. Also, so. Warum machen wir das? Weil diese Summe gleich zu dieser Differenz ist, das wissen wir aus der Induktionsannahme. Also können wir diese Summe durch diese Differenz ersetzen. Zack, ist gemacht. Diese zwei lassen wir schön in Ruhe, denn wir brauchen sie. Diese zwei Brüche machen wir gleichnamig, um sie zu addieren. Deshalb multiplizieren wir bei diesem Bruch unten und oben mit 2, denn 2 mal 2 hoch k, das macht 2 hoch k plus 1. Somit haben wir also diese Rechnung. 2k minus k, das macht k und 4 minus 1, das macht 3. Also steht im Zähler k plus 3. Und diese 3 können wir umschreiben in 1 plus 2. Und somit haben wir effektiv diese Differenz gefunden, was den Beweis von dieser Formel abschließt.